Servus meine Freunde, hier euer Kicks, heute mit dem Landwirtschaftssimulator 2015 und ich möchte euch die Mod-Installation ein bisschen näher bringen. Ihr seht hier den Ford Pickup vom Äußerlichen, ist aber ein Dodge Ram, hier hat der Modder ein bisschen was verwechselt. Ist auch gar nicht so schlimm, weil ich möchte euch in den nächsten folgenden Schritten zeigen, wo ihr Mods findet und natürlich wie ihr dann auch diese installiert. Deswegen schalten wir jetzt einfach mal auf die Desktop-Version und da geht's dann weiter. Bis gleich. So, da sind wir angekommen, da gibt's zwei größere Seiten, sag ich jetzt mal, nämlich die Mods2015.com und dann habt ihr vom Landwirtschaftssimulator direkt eine offizielle Seite, wo ihr auch Mods downloaden könnt, wobei hier noch relativ wenig Mods da sind. Deswegen schauen wir einfach mal auf der Seite Mods2015.com und da findet ihr schon erheblich mehr Mods, ihr seht schon, ist schon ein bisschen aufgeteilt auch. Cars, da habt ihr gesehen, den Ford Pickup, der eigentlich ein Dodge Ram ist, findet ihr dann auch in der Beschreibung, dass das da nochmal widerrufen wurde. Dann habt ihr halt andere Möglichkeiten noch, wenn ihr hier auf Tools drückt, dann habt ihr viele weitere Möglichkeiten, zusätzliches Download-Material zu holen. Und ihr seht schon, das ist einiges dabei, auch bei Traktoren gibt's da schon einiges, auch hier von John Deere, dieses 79-30er Pack, also ist schon ordentlich was los hier schon auf dieser Mod-Community-Seite und ich denke mal, da wird sich auch noch einiges tun. So, wir gehen einfach jetzt mal bei dem Beispiel, was ich mir gedownloadet habe, bei Cars, diesem Ford Pickup, einfach hier draufdrücken, dann natürlich den Download-Link suchen und da habt ihr hier unten natürlich meistens dann Download-by-Share-Mods. Darauf achten, dass ihr nicht hier oben oben draufdrückt, sondern einfach nur hier. Dann kommt ihr auf die Seite und hier müsst ihr dann wieder kostenlosen Download bestätigen und müsst ihr dann unten noch so circa 20 Sekunden warten und dann könnt ihr eigentlich die Datei schon runterladen. So, bei der anderen Seite, hier mal schnell das andere schließen, bei der anderen Seite ist es wie folgt, ist natürlich hier ein bisschen einfacher, weil es hier die offizielle Seite ist, könnt ihr natürlich dann direkt den Download starten, indem ihr zum Beispiel von QNVB2190 das hier das Ding nimmt. Hier geht ihr nochmal rein, guckt euch genauer an, alles klar, ist es das, was ich möchte oder nicht. Hier seht ihr, es ist halt für die Ballen eine neue Maschine, die man hier nutzen kann, weil ich glaube, die beiden Maschinen, die drin sind, sind von New Holland. Und ja, auf jeden Fall geht ihr dann hier auf die Windows-Version oder halt die Macintosh-Version. Müsst ihr halt gucken, was ihr denn von den beiden Systemen habt. Drückt auf Download und dann seht ihr hier unten gleich, dass hier eine extra Datei ist. Im Gegensatz zum folgenden, wenn ich die Datei, Moment, hier runterlade, seht ihr nämlich, hier ist nämlich eine ZIP-Datei. So, wie ihr dann jetzt weiterverfahren müsst, zeige ich euch natürlich gleich. Ihr seht hier, beide Sachen brauchen noch einen kurzen Augenblick, da meine Leitung jetzt vielleicht nicht die schnellste ist. Okay, also das Erste, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Excel-Datei. Das ist natürlich uns ganz einfach gemacht, einfach die Excel hier bestätigen und warten, bis diese geöffnet wird, dann auf Ausführen. Und dann seht ihr auch schon, dass die Datei, die Mod, erfolgreich installiert wurde. Hier müsst ihr quasi nichts weiter machen. Also total einfach gemacht und ihr könnt euch zurücklehnen und entspannen. Bei der ZIP-Datei sieht es ein bisschen anders aus. Da müsst ihr natürlich jetzt unter euren Downloads gucken, nämlich hier. Und, Moment, wo bin ich denn? Hier die Downloads. Und dann habt ihr jetzt diesen Ford Pickup hier drin. Den kopiert ihr euch hier raus, unter Kopieren. Und sucht jetzt unter euren eigenen Dateien nochmal selber diesen Ordner von dem Games. Das ist nämlich dann unter, hast du mir kurz mal, eigene Dokumenten. Unter My Games. Dann Farming Simulator. Und hier findet ihr direkt dann den Ordner Mods. Also nochmal unter Dokumente, eigene Dokumente. My Games. Farming Simulator und dann direkt auf Mods. Dort sieht ihr jetzt schon diese Maschine von Kuhn, die hier drin eingespeichert wird. Und hier gibt ihr einfach mit dem Rechtsklick in Einfügung dann auch noch den Ford Pickup mit rein. Das war eigentlich die wesentliche Mod-Installation. Ihr müsst weiter eigentlich nichts beachten, außer dass ihr halt unter eigene Dokumente dann My Games und dann bei Farming Simulator dann reinkommt und dort halt unter Mods dann den Pickup einspeichert. Ja, das ist so der wesentliche Unterschied zwischen den größeren Seiten hier. Hier wird denke ich mal noch ein bisschen, ja, ich denke mal in den nächsten Tagen mehr Mods erscheinen. Oder, ja, es ist ein bisschen langsamer auf jeden Fall als die richtige Mod 2015-Kommenseite. Und da findet ihr halt schon wesentlich mehr. Ja, gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder ingame, um euch zu zeigen, wo ihr euch dann eure Mods dann, oder wo ihr die Mods dann findet und dann halt dementsprechend auch einsetzen könnt. Bis gleich. Da sind wir wieder ingame. Und ja, jetzt müsst ihr nur wissen, wo ihr diese Mods findet, die ihr gerade installiert habt. Das ist ganz einfach. Entweder drückt ihr die P-Taste oder ihr geht halt hier in dieses Kaufcenter und drückt dann die R-Taste an diesen Einkaufssymbol. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich versuchen, das Auto zu suchen und ihr werdet feststellen, ist da ja gar nicht drin. Da ist es natürlich ein bisschen anders. Hier oben habt ihr einen rechtsen Pfeil. Damit müsst ihr einmal bestätigen und ein zweites Mal. Und dann seht ihr auch schon, dass hier Mods eingeblendet sind. Und da findet ihr die beiden Sachen, die wir eingefügt haben. Und durch quasi das Kaufen und der Farbe aussuchen, wenn wir hier innen aussuchen, dann wird uns das natürlich bereitgestellt. Und hier auch nochmal das Gerät von Kuhn. So, jetzt gehen wir raus und da finden wir auch schon beide Geräte, nämlich vorliegen. Einmal unseren Pickup und einmal die Beimmaschine, die wir hier nur hinzugefügt haben. So, das wäre das alles gewesen zur Mod-Installation. Ihr könnt natürlich gerne Fragen noch stellen. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr eine SIP-Datei habt, dass ihr diese halt manuell einfügt. Und wenn ihr über die andere Seite das macht, die Excel-Datei einfach nur installieren. Und dann wird automatisch die SIP-Datei in den Ordner transferiert. Und ihr könnt beide Mods benutzen. Ja, damit möchte ich mich von der Mods-Installation verabschieden. Und beim nächsten Mal gibt es dann direkt eine Mod-Vorstellung zu den einzelnen Mods. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag noch. Und man sieht sich. Euer Keks. Bye, bye. Bye, bye.